Musik Bundestag, so verstößt man gegen eigene Gesetze. Werden Scheinselbstständige im Bundestag beschäftigt? Berlin. Die Berliner Staatsanwaltschaft ermittelt nach Informationen der Süddeutschen Zeitung gegen den Deutschen Bundestag. Es sollen von Seiten der Abgeordneten jahrelang keine Sozialversicherungsbeiträge gezahlt und Mitarbeiter als Scheinselbstständige beschäftigt worden sein. Die Zeitung beruft sich dabei auf ein Schreiben der Generalstaatsanwaltschaft Berlin. Demzufolge hat die Generalstaatsanwaltschaft die untergeordnete Staatsanwaltschaft angewiesen, die zuvor eingestellten Ermittlungen gegen Verantwortliche des Deutschen Bundestags wegen des Vorenthaltens von Arbeitsentgelt wieder aufzunehmen. Die Deutsche Rentenversicherung DRV, deren Betriebsprüfer alle Unternehmen kontrollieren, ist davon überzeugt, dass bei 40 Honorarkräften dieser Strafbestand vorliegt. Die sogenannten Honorarkräfte sind nicht nur bei Messen in der mobilen Öffentlichkeitsarbeit tätig, sondern informieren auch über die Arbeit des Parlaments, führen Besucher durch den Reichstag oder halten Vorträge über die Arbeit der Abgeordneten. Die Bundestagsverwaltung sieht das anders. Es sei unzweckmäßig, solche Kräfte sozialversicherungspflichtig zu beschäftigen, weil die Einsatzorte und Zeiten stark differieren. Selbstständig ist jemand, der über seine Arbeitszeit in einer eigenen Betriebsstätte frei verfügen kann und ein unternehmerisches Risiko trägt. Als Arbeitnehmer, für den der Arbeitgeber Sozialabgaben zahlen muss, gilt dagegen jeder, der für einen Betrieb arbeitet und dort dem Weisungsrecht von Vorgesetzten unterliegt, sowie Art, Dauer und Ort seiner Tätigkeit nicht frei bestimmen kann. Bei dem Streit geht es aber nicht nur um Sozialabgaben, sondern auch darum, ob die Honorarkräfte die Mehrwertsteuer ans Finanzamt nachzahlen müssen. Vereinfacht gesagt, ist ein Selbstständiger verpflichtet, auf eine Rechnung die Mehrwertsteuer extra aufzuführen und den erhaltenen Betrag als Umsatzsteuer an den Fiskus abzuführen. So war es auch beim Bundestag bis Anfang der 90er Jahre. Ein Formblatt für Honorarkräfte enthielt eine eigene Zeile für die Umsatzsteuer. Danach änderte der Bundestag die Rechnungsformulare, wobei nun die Umsatzsteuer nicht mehr auftaucht. In einem Rahmenvertrag wurden die Mitglieder lediglich darauf hingewiesen, dass sie für alle steuerlichen Angelegenheiten selbstverantwortlich seien. Ob die Honorarkräfte tatsächlich umsatzsteuerpflichtig sind, blieb jahrelang offen, bis die Berliner Senatsverwaltung für Finanzen genau dies feststellte. Sollte die Mehrwertsteuer für mehrere Jahre je nach Verdienst bis zu 500.000 Euro an das Finanzamt gezahlt werden müssen, wäre dies das finanzielle Ende für viele Honorarkräfte. Sie sollen nun Steuern nachzahlen, obwohl sie die Umsatzsteuer in den vergangenen Jahren niemals in Rechnung gestellt hatten. Doch wer will schon gegen seinen Arbeitgeber, immerhin den Deutschen Bundestag, klagen? Die Bundestagsverwaltung sieht bei sich keine Versäumnisse. Das Problem sei allein Sache der jeweiligen Honorarkraft, sagte ein Sprecher. Inzwischen hat die Bundestagsverwaltung in der Öffentlichkeitsarbeit und im Besucherdienst einiges umorganisiert, um dem Vorwurf zur Beschäftigung von Scheinselbstständigen zu entgehen. Über die Frage, ob der Bundestag als höchstes Verfassungsorgan Scheinselbstständige beschäftigt hat, muss das Berliner Sozialgericht entscheiden. Ob es Scheinselbstständige im Deutschen Bundestag gibt oder nicht, wird in nächster Zeit ein Gericht entscheiden. Ob es aber überhaupt selbstständige, entscheidende Angehörige des Deutschen Bundestages gibt, kann heute schon jeder selbst entscheiden.